Ah, ich bin. Ja. Welche scheiß Wörter kommt. Hä? Achso. Hätte ich aber auch. Warte, vielleicht ist es auch... Ah, ist es bestimmt? Warte, Mama. Das ist gebreiter. Warte, bin das ich? Kotzt der? Ah. Hey, bei mir schreibt er nicht. Ha! Das ist auch. Achso. Nein, aber es soll ja ein Micky sein. Weißt du, wie es ist? Ist das eine Klarinette? Ja, ich hab's nur falsch geschrieben. Hey, du sollst nicht sagen. Keine Ahnung. Doppel T. Hey, du sollst nicht sagen. Nein, ich wollte's grad... Ach, let's nick, ja. Okay. Ey, nehm. Dislike. Ja. Scheiße, Alter. Ein Pokémon, Alter. Hab ich hier grad aufgelegt. Scheiße. Ja. Was sieht aus wie so... Guck. Schwer, ey. Vielleicht auch noch. Hier so... Wie willst du das sagen? Warte, wie kann man ihn so füllen? Egal. Ich stelle dir vor, das ist ja komplett rot. Da wär dann so'n... So'n... Ich weiß aber nicht mehr, wie's heißt. Geht da rum, ne? Geht da rum, ne? Ich bin Metzger, ich weiß. Hä? Mit L-E? Was soll das sein? Dein Ernst? Es gibt'n'Energy. Ja, okay. Die Bulle! Oh Mann! Ey, komm. Was ist das? Achso, ich muss ja raten wieder. Oh lol, was ist das? Das ist scheiße. Weg, weg, weg. Warte mal, äh. Machen wir so, machen wir so, machen wir... So. Was? Das ist gesucht, hier. Das, das. Na, gucke. Das, das nicht, das, das ist die Front, Alter. Hier, das der Ausbruch. Achso, ich dachte, so scheinen wir mal. Alter. Der hat noch keinen Führerschein in der Arme Sack. Oh, Windschutzscheibe. Oh, wie schön. Ich hab' dich noch geben, keine Penus, Alter. Goddammit, Alter. Ich hätte dich aber auch besser umsetzen können. Aber ich kann nicht wagen. Ne. Das sieht, das sieht schon brutal pervers aus, ey. Du weißt, was es ist, ne? So. So. Und tack, 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 tack. So. Darum geht's ja noch gar nicht. Darum magst du es nicht. Aber... Darum geht's. Aber natürlich, normalerweise ist das nicht wirklich so. Mann. Und dann ist das so in einer Packung drin. Und... What? Von einer... Das ist ein... Boot. Ein Stift. Das ist ein... Titanic. Warum nehmt ihr... Habt ihr so krass komplizierte Wörter? Bei mir kommen so vier, fünf Buchstaben, Dinge. Check. Hold me. Hä? Ja... Meinst aber... Keine Ahnung, Alter. Hä? Oh mein Gott. Hä? Wie? Vor allem, der nimmt sie einfach von hinten. Ja, wer ist das? Achso, das ist ein Penis. Äh... Wer ist das? Oh mein Gott. Toki. Wasserleicht. Ach... Alter. Alter, ich hab Titanic noch nie gesehen, Alter. Oh, Zambikir. Gibt mir jetzt richtig viel Mühe, okay? Das ist... ein Furzkissen. Brrrt. Ah lol. Hä? Äh... Knobloch? Zähne? Ich hab nen Scheiß Piping, Alter. Hä? Oh, ich weiß es. Oh, ich weiß es. Hä? Hä? Das wird doch beschrieben. Das wird doch... Ah, ich... Ah, ne... Ah... Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ohne Egen. Oh Gott, der meh. Hä? Aber ich hab grad... Alter, Google ist behindert. Er googelt das... Ja. Wie oft hab ich das jetzt falsch geschrieben gehabt? Keine Ahnung, soll ich mal nachzählen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, siebenmal. Wtf? Eigentlich solltest du's schon wissen, wenn ich gesagt hab, dass ich versucht habe, zu spezifisch zu sein. Er ist schon... Ah... In jedem Fall. Dein Erz jetzt? Dinosaurier? Oh, fuck. Ja, voll. Brochen. Das sah einer Robbe richtig gut ähnlich. Das war unser Mosambique, Alter. Für mich zu gebrauchen. Schon wieder. Ernsthaft? Den Namen, die Kaffee. Oh mein Gott, Alter. Tsunami! What the hell? Ach, du hast Titanic ja nicht geschaut, aber du weißt doch, was passiert, oder? Im großen Ganzen. Ach so, ähm... Guten Appetit. Ich weiß schon, was da passiert, aber... Ist das jetzt auf das Blaue gezogen, oder? Jaja, auf das Blaue. Ähm... Jaja, aber es gibt Leute... Und kurz an den Weg fallen. Alter, ist mir noch nie passiert. Noch nie geklappt, oder was? Nee. Also vom Alkohol nicht. Also vom Alkohol nicht. Waa? Er trinkt gleich den Alkohol. Ich war noch nie besoffen. So, goddammit, Leute. Hier. Du hast ja rosa-rote Panzer, Alter. So, Alter. Das müsst ihr eigentlich... Wenn's Nasus nicht ist, was dann? Ich weiß es nicht. Du Noob! Leute, das soll... Den kenn ich. Anubis. Ach, scheiße. Stimmt. Anubis. Ach, scheiße. Fürs euer Wissen. Ach komm, sag's grad du. Bindschutzscheibe. Echt? Ach, komm, sag's grad du. Das hab ich mir auch klar. Heißt du? Wieder... Damals in Ägypten gab's keine Bindschutzscheibe. Dann der Anzuzierung. Hahaha. Äh. Haubig. Was soll's sein? Diesmal ist keine Titanic. Haha. Hat nur drei. Schwunsteine. Schwunsteine? Ja. Äh, ja... Das ist nicht zu lange. Hahaha. Wow. Was? Ja. Ich bin ein Gnott. Ich bin ein Gnott. Ich bin ein Gnob. Ich bin ein Gnob. Und du bist ein Gnob. Ich weiß es. B***. Ich bin ein C geschieben, oder? What? Jetzt ist es einfach mal Luigi. Ich bin ein Gnob. Das deutsche gehört nicht mit C, sondern mit C. Ja. Ja, ja, ja. Ein Buchstum auf die Insel. Mann, warum mache ich immer Englisch? Äh, okay. Lockdance. Lockdance. Schon wieder so lange Wörter. Also wieder ein Eisberg. Wow. Ach, nicht schlecht. Was? Was? Oh, lol. Nein, alter. Ist es wirklich das? Ist es der Mount Everest? Was? Lol. Es ist einfach. Es ist wirklich einfach. Ja, guck mal aufs Wort, Alter. Es ist definitiv einfach. Fertig. 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 Das ist nur wenn man schon schläft, Alter. Ich hab gewonnen. Ja, guck mal. Das ist eine Gedankenplase. Das schläft schon in seinem Kopf. Ja. Ja. FALCO. PUNCH.